Was ist die Gemeinschaft? Das ist unsere Stadt, da leben wir gerne, hier gehe ich gerne hin, hier will ich gerne bleiben und da können Sie alle einen wichtigen Beitrag dazu leisten. In diesem Sinne, viel Spaß heute beim Besuch all der Stände und bei den persönlichen Begegnungen beim Heidelberger Herbst. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.